Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town Und ja, heute spielen wir auf Casino würde ich sagen, ne? Oder nicht? Hallo? Warum lacht ihr? Hm? Warum lacht ihr? Weil wir gerade... Spiele für die schöne Frau, die auf dem Klavier liegt Achso Oh, jetzt sieht ihr meinen Magnetistik an Was? Was? Was war das denn? Alter Der Pianist ist von meiner Haut an meiner Schuhe, dann ist er dann gestorben Was war das? Ich weiß es nicht Curry, warst du das? Nö Vielleicht war es auch die Pan, warte mal Pan? Was ist denn passiert? Ja, Erik ist plötzlich explodiert Hä, wie explodiert Hä, wie explodiert Was? Er hat Klavier gespielt und Ja, dann ist er plötzlich explodiert Das kam von irgendwo so'n Fatman Schuss, glaub ich, oder so Tobi, was hast du gemacht mit Dicken? Nein, das kam von dieser... Warum hast du denn seine Leiche nicht... Achso, ja warte, ich wollte einfach nur schnell weg Weil ich nicht wusste, ob da noch jemand ist Warte, ich hol die Leiche Alter Okay Warte Das ist jetzt auch total schlau, dass ich jetzt sage, dass ich nochmal zu der Leiche hingehe Also wenn ich gleich tot bin, ist es Pan Curry Alter, warum vertraust du dem überhaupt noch? Ja, ich weiß es nicht, man Ey, direkt am Anfang hat der Curry mich getötet Drei, zwei, eins Das Problem ist, weißt du, warum ich dem Curry jetzt vertraut habe? Na? Meine Folge fängt genauso an Das Problem ist, ich hab dem Curry jetzt vertraut, weil die Pan einfach zu oft ruhig ist, wenn sie traiter ist Verdammt Ja, ich war froh Alles klar Ey, meine Folge fängt damit an, dass ich nen Headshot krieg, ey Ja, wie bei mir damals vorhin Alter, dieses Klavier, das war das Beste Der Curry ist so'n... Der Curry ist so'n Emotions-Krüppel einfach Ja, das ist echt so, ne? Das war so schön da gerade Der so echt emotional ist, der einfach... Boah, ich hab das gerne mal beim Tobi gesehen, wie der Erik, da ist er weggeflogen Nee Du hast einfach nur so'n... Du hast nur so'n... Du hast nur so'n... Und ist so'n dahinten weggefallen, weißt du? Ich war jetzt versucht, in dem Moment mal lautlos zu lachen, ey Das ist so bescheuert Aber mit was hast du den Erik gekillt? Mit dem Fatman? Aber warum bin ich nicht gestorben? Ja, das freut mich auch Ich stand doch direkt daneben, ich hatte nur den Schaden Sehr stabiles Klavier, würd ich sagen Heftig, ey Aber Panik, dachte ich verkack's noch, weil ich hab... Ich hab irgendwie einmal auf dich geschossen, dann hast du noch gelebt Echt? Ich war so, dass ich das gerade alles so dreckig fand Also ich bin direkt umgekippt eigentlich Und ich wusste gar nicht, was hier abgeht Ich hab gar keine Ahnung gehabt Hey Tobi, hey Curry 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 ist bei mir 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 Ich bin weg, ciao Tobi ist bei mir, Tobi ist bei mir, kuscheln, kuscheln Erik? Ja, ich bin alleine Ich bin alleine Ich bin alleine Ich bin alleine Ey Okay Ich bin auch mal bei mir Alter Ey, was denn? Wie der eine Hund auf diesem Bild hier guckt Ich will das sehen, wo bist du Tobi? Ja hier hinten, wo du auch gerade warst Hä? Im Treppenhaus da irgendwo ist es in der Nähe Hier Hier Wollen wir wie der Hund da in der Mitte guckt Ah Kannst du mal wieder mit der Pistole schießen, Tobi? Ja Danke Wollen wir wie der blonde Hund guckt Was ist los? Muss ich bitte Ey, Erik Erik Nimm mal da, wo da kein Spaß ist Er ist bei mir Erik ist bei mir Pan, willst du Spaß? Willst du Spaß? Tobi, Tobi Nein Tobi Warum ziehst du es auf mich? Erik Ach, Erik ist ja schön Curry Pan ist es Wie kommst du darauf? Weil der Curry immer nur so schreit, wenn er sich erschreckt vor irgendwas Das kann der nicht faken Vielleicht hat er da ein Spiegelbild gesehen Nein, weil das kann der nicht faken Aber Pan, du warst doch vorhin mit mir aufm Klo Warum hast du mich da nicht umgebracht? Ach, da ist der Tobi Ja, hier guck jetzt redet sie nämlich wieder nicht Dann habe ich vorhin Curry vertraut, deswegen Ah, das ist scheiße Erik Ja Da Hallo Oh Ah, alles klar Hier ist Blut Ah, alles klar Hier ist niemand Aha Hier brennt irgendwas Hier wurde nicht gewischt Dann muss es Pan gewesen sein Okay, warte mal, warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Komm nochmal zurück Komm nochmal zurück Da wo das Blut war eben Ja Ich trau dir Tobi, ne Also ich trau dir Hier, komm mal her Hier ist nämlich was explodiert, guck mal Hier drin Da Oh ja Ich trau mich aber nicht da rein zu gehen, ich geh rein Komm ich auch nicht Yolo Pan 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 Man hat deine Schuhe durch die Tür gesehen, Pan Oh Mann, das ist doch doof, ey Und das ist krass Aber voll geil, dass man echt jemanden verbrennt Meine Leiche ist einfach weggeploppt Ja, einfach weg Ach, deswegen hier, okay Ich fühle mich voll gemobbt, ey Und ich sag noch, hier brennt irgendwas Ja, da war der Curry Ja, da war der Curry Boah, wie gemein Boah, wie gemein Ich wurde Curry Das war Curry Egal Ich wollte den Curry 1-1 Wollte ich dir in Eric folgen Und dann gleich in den Klo verstecken Aber irgendwie Im Klo verstecken? Ja Curry war ja Du bist ja richtig classy, weißt du? Vielen Dank Weißt du, ich dachte so vielleicht auf Seiden gebettet Irgendwie im, im, im schönen Huh Ach du kleine Schade War ich nicht schlecht Was denn? Ich hab's nicht gehört Tobi Ich hab nen Witz gemacht Aber der war Nee, sag nochmal Der ist exklusiv jetzt wie die Leute auf meinem Channel Ach so Die raffen ihn doch eh nicht Ich mein, die haben deinen Channel abonniert Da ist nur noch viel zu holen Oh, jetzt gibt's den größten Brief überhaupt Die Tobinators kommen jetzt Die Tobinators kommen Tobinator Army, alter Amkar Army Amkar Amkar Tobinator Army Lasst euch das nicht gefallen Hashtag Pray for Tobi in the life of the woods Minecraft Server Pray for Tobi Warte, ich hab keine Ahnung Jetzt, jetzt baue ich gerade sehr ab Ich, jetzt ist gerade, genau Jetzt ist gerade wieder dieser Punkt erreicht Oh, heute geht echt alles schief, man Mhm Wehe, meine Aufnahmen sind nichts geworden Dann heule ich Alles schief Schaffen, wie sie crouchen kann Wart mal ab Wart mal ab, wenn du gleich rausfindest, dass du in dieser Folge nicht auf Aufnahme gedrückt hast Äh, äh, nicht rumliegen Ne, ne, ich hab gerade geguckt in dem Moment Tobi, 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 was ist das? Tobi, 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 was ist das? Tobi, Tobi, was ist das? Hey Freunde Ach klar, okay Geil, Babygum Ich hab's gesehen, er hat sie, er hat sie Ah, ah Ey, was ist selbstlos Was hat er, was hat er, was hat er? Er hat die Babygum Ja, dann erschieß ihn doch, wenn du's gesehen hast Nein Nein Das mach ich jetzt aber nicht Vorsicht, Curry Ah Weil ich auf dich drauf wollte Ich hab ne'n Treterwaffe Ey, der wollte auf mich drauf Der wollte auf mich drauf Ich hab's gesehen Pan, warum machst du hinter mir her? Ich hab ne'n Treterwaffe Ich hab ne'n Treterwaffe Ich hab ne'n Treterwaffe Ich hab ne'n Treterwaffe Pan Ich werde, dass die Leute uns der Affäre nachsagen Das sind, glaub ich, hinterher Äh, Quatsch Äh, Aua Ey, so unrealistisch Ey, dann sieht man Wo ist denn das hier? Warte, warte, warte Wo ist denn das hier? Verdammt, das war doch hier Was denn? Soll ich auf den Treter fallen? Kannst du mal bitte aufhören mit der Machite Mit deiner Machite zum Erden rennen, Tobi Ich bin der Allheilige Aubert Schiragma Ey, ich find's nicht, tut mir leid Oh, hey Tobi Kannst du das mal wiederholen? Aubert Schiragma Was war das? Lauf mal hier die ganze Zeit im Kreis? Ja, ich glaub schon Was suchst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen? Ich hab mal das Zimmer gesucht Aber leider find ich's nicht mehr Mein Tau-Tau ist mir heimlich, Freunde Es gibt so'n schönes, so'n schönes Zimmer Was kann man denn da machen in dem schönen Zimmer? Ein Tau-Tau Gammeln Sag mal, würdest du mal aufhören mit dauernd hinterher zu laufen? Nein! Ich muss mal hier durch Boah! Alter Du kannst ja voll schießen Sag mal, bist du wahnsinnig? Ich bin wahnsinnig Oh wow Der war ja richtig toll Na, der war super Der war ja richtig toll Alter, was ist denn los? Ey, der mit seiner Machete, ne? Tobi, zeigt das Alla Schiragma Alla Schiragma Alla Schiragma Schneid mich, Tobi, komm, komm Gumm Schneid mich Oi, 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 oi Boah, Alter, du hast mich hochgehoben Hä Alle noch am Leben? Ne Ja Entschuldigung, Pan Wir sind tot Wir sind alle frisch gestorben Unsere Leiche Vergammelt Alter, Pan Im wunderschönen Traitorsee Das darf doch nicht wahr sein Nicht mal auf dem Klo kann man alleine sein Nein Verfolge dich Also wenn ich sterbe, ihr wisst Bescheid Okay Hey Ich muss mal kurz krach Hä Pan Ich will mich so ne Scheiße ausfliegen und du bist die Kacke Pan, warte los Toll Ich bin die Kacke Hier ist Blut, hier ist Blut Wo, 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 wo Wo, wo, wo Hier auf dem schönen Marmerbuben Tobi, liebst du noch? Okay, dann kannst du nur Kirby sein, wir beide waren zusammen Hey, es leben doch noch alle Ja, stimmt Pan, es leben noch alle Tobi Pan, ich bin noch da Achso Nein, du bist nicht da Tobi ist tot Kann ich jetzt bitte den Kirby töten? Kann ich jetzt bitte den Kirby töten? Sag mal, ich glaube Tag, Pan Wird die Pan gerade ein bisschen nervös? Ich weiß Oh Gott, ich hab nur noch drei Minuten Was soll der Scheiß, wo war Blut? Scheiße Erik, wo war Blut? Keine Ahnung, unten irgendwo auf weißem Marmor Okay, unten auf weißem Marmor Au, Alter Hier ist Blut Hier ist Blut Hey, Curry, hier schenke ich dir Hä, hör mal, gehst du mal weg bitte? Nimm das jetzt los Na, Tobi Na, Tobi Na, auf jetzt Was, war was? Nochmal Tobi Ja, ja Curry Ich will geh Hier so vor mich hin Curry Curry Ist der Curry gerade Wieso verdächtig? Ich bin gestorben Der Tobi war da Boah, endlich Ah, boah Pfff Hey, warte doch mal Ich bin ja geschossen Mach das aber nicht Ich dachte, das ist eine gute Idee hier Das ist, was Welch? Hm? Was? Ich dachte, das wäre hier eine gute Idee Okay Weil das Zimmer so schön ist einfach Guck mal, wie weich das Bett ist Ein wundervolles Bett Curry? Was? Was war das denn? Curry? Das war ein Walkie-Talkie Das hat sich einfach eine Raucher-Lunge Das hat sich einfach irgendwie eine Raucher-Lunge Shhhhhh Thomas? Was? Ähm, ja das war jetzt wohl nicht geplant, ne? Oh, wie gemein Oh, Alter Oh, Mann ey Mies Wie mies war das denn gerade? Der Tobin hat doch euch alle getötet, Leute Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Was cool wäre? Was denn? Du hast ja jetzt meine Identität angenommen, ne? Ja Wenn ich jetzt quasi für dich reden würde und du müsstest ruhig sein Weil sonst bringt das Identitäten an dem ja gar nichts Aber wäre das nicht zu komplex? Entweder man müsste es selbst lösen irgendwie oder man macht es halt so, aber das weiß ich nicht Aber ich finde das, weil es bringt ja nichts, die Identität anzunehmen, weil wenn du dann sagst, ah Tobi, da bist du ja und ich rede nicht, dann weißt du ja, dass das nicht so ist Ja ja, deswegen muss, deswegen muss man sich ja eigentlich schon, wenn man das benutzt, muss man sich ja schon irgendwie was ausdenken dafür Oder derjenige muss, muss noch am Leben sein, dass man sagt, hör mal, ich bin das nicht, ich schwöre, dass... Ja ja, das kann man halt so auch benutzen, ne? Ja Weil du kannst ja nicht nur von Leichen, glaube ich, die Identität nehmen, du kannst ja auch einfach zu Tobi hingehen und dann irgendwie, glaube ich, die, äh, Identität einfach annehmen, oder? Ist egal, du musst ja für beide sprechen Naja Hey Tobi, hey, hey, bleib stehen Hey, hey, nein Ich glaub dann, Tobi ist Erik, Tobi ist Erik Was? Erik ist Tobi Was? Was? Ich bin Pandoria Ich bin Pandoria Ich bin Pandoria Ich bin, ich bin nochmal immer die Frau, kann gar nicht, ich bin Pan Ja, warum spielst du da nicht in Dawn? Mach dir wieder Cosplay, oder was? Warum spielst du da nicht in Dawn? Guck mal, guck mal Plan Das ist so ne, so ne Hui Hast du das gesehen, Pan? Ich kann Schauf an mir Warte mal eben Sind ich gut, ne? Wo ist denn der scheiß Raum? Ja, ich brauch ne Shotgun Was suchst du Pan? Ich kann dir zeigen, willst du meine haben? Den Tresorraum such ich Komm mit Pan, ich zeig dir den Jaaaa Hm Wo bist Hä? Ah Was denn? Alles gut? Ich guck mir, wenn das Körper dich nicht umbringt, ich bin in nur 10 Hä? Pan? Du hast grad, warte mal Pan? Nein, 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 nein Du hast ein Messer in der Hand gehabt Aber ich hab kein Messer gekauft Irgendwas hat, doch Hä, ist doch ein Messer Hä, das war bei mir doch vorhin auch so Ich hab ein Bumerang gekauft, aber den nicht aktiviert und Tobi hat ihn gesehen Hä, heute ist irgendwie der Wurm drin Hä, heute ist irgendwie der Wurm drin Hä, heute ist irgendwie der Wurm drin Ja, ich hab's gesehen, aber Warte mal, dieses Identitätsding Ja Hat man da ein Messer, wenn man Du hast da ein Messer in der Hand Ach so, ja, woher soll ich das denn wissen? Ich dachte, ich hab dann gar nichts in der Hand und kann jemand Oh, ey Man heute ist echt nicht mein Tag Ich hatte in der letzten Zeit gute Runden, deswegen ist das vollkommen okay, dass ich das drei Mal miteinander verkacke Ja, die Runden kommen und gehen fahren, deswegen brauchst du dich auch gar nicht recht färgen Du musst immer top performen Du musst immer top performen Aber wir alle, so dass wir nie zu allem, dass wir halt Auch wenn wir, auch wenn wir acht Folgen aufhören Arschbluten Das ist nur gesundes Arschbluten, Curry, keine Sorge Okay Scheiß, ey Kannst du das empfehlen? Arschbluten ist immer super, das reinigt den Darm und die Seele Also gesundes Arschbluten meine ich Bin immer wütend So, ich brauch jetzt immer noch diesen Kackraum Einmal durchspülen den Darm Ja komm mit Pan, ich zeig dir den, komm Wo bist du? Komm Also ich bin innocent Ja, ich auch Ich auch Ich auch Komm Pan, hopp, 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 hopp Nicht bummeln Bist du da? Nicht bummeln Bummelt du da nicht Hey Tobi, lass das Deine Mutter bummelt Hier Herzlichkommen beim Tresorraum Juhu, danke Bitte nicht töten, bitte nicht töten, bitte nicht töten Und Ich bin wieder da Hey, 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 hey Weißt du wie die aussehen? Wie der Typ aus Machete, alter Ja echt, ne? Machete Kids, again Ja 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 Tobi, komm mit, komm mit in die Dusche Komm, Tobi, komm Oh, jojojojoj Hä? Guck mal, guck mal, Tobi, meine Vase Oh Ciao Was? Hey, Gronkh Lass mich die Tür zumachen Erik, Erik, ich bin bei Erik Ich bin bei Erik Ich bin bei Erik Ich bin bei Erik Oh, warte Was steht da? Oh, gut Hä, wieso krieg ich die Tür nicht Hiiii, wo bist du? Ja, ich weiß es nicht Also ich bin, wie gesagt, immer noch mit Erik im Klo, ne? Boah, was soll das denn? Boah, die sind nicht groß Wer war das jetzt gerade? Wer ist denn da vor mir runter geflogen? Was denn? Was irgendwie Typ Okay, ich darf Bitte nicht stören Bitte nicht stören Wir haben grad echt zu tun Uiuiui Schnellschießer, oder? Warte mal Warte mal Der sitzt quer Das ist ein Pfropf Das ist ein Pfropf Könnt ihr mal daneben in der Kabine ein bisschen ruhiger sein? Wir haben echt Probleme Wir haben echt Probleme Ey, was macht ihr da? Pan, das ist das falsche Klo Seid ihr hier alle drin? Nein Nein Warte, warte Bück dich mal hier Pan, komm Was? Bitte hilf mir mal Pan, bitte Warum soll ich? Was macht ihr denn da? Ich bin doch hier neben dir Ich geh jetzt aufs Klo Ich geh jetzt aufs Klo Nein, tu doch ein Irgendwie Pück dich Pan Warte, warte Spring auf meinen Kopf Könntest du mal bitte aufhören, sowas zu sagen? Ich will doch einfach nur auf dich drauf springen Sag mal Du weißt schon, wie sich das... Räuberleiter Ey, nein Alter Ich mach die Tür auf, aber dann hab ich nen CFE in meinem Gesicht Alter Alter Starr auf dem Klo Iiiih dem Fuß im Klo Alter, wie liegst du denn da Iiiih Ich bekloppt dann tot ey Oh, Schön Mich ärgert, was immer noch mit den Messern mit den Identität an ihn So war die Pan jetzt schon zum dritten Mal ein Trait auf dieser Web? Ne, ich weiß auch nicht was die macht Ey Pan will du so verli thermétat Ist denn da los? Ah, ein Hetzebrot. Was? Aua. Uh, cool. Und wieder gehen sie aufs Klo. Scheiß, bin innocent! Ich bin auch innocent. Traitor! I'm so innocent like nobody else. What? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Also die Chance, dass ich jetzt nochmal Traitor bin, ist doch sehr gering, ne? Ich bin Detective. Ich bin Detective. Danke, Tobi, danke. Ich bin Detective. Alter, Tobi, warte, warte, warte. Neuer Bildanstrich, eher äh, äh. Was? Alter. Ähm, Pan? Ja? Warst du gerade im Traitor-Shop? Nein, nein, ich wollte hier meinen Dingenspüren. Was? Nein, 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 nein. Das wäre doch doof, wenn ich jetzt nochmal Traitor wäre, oder? Achso, warum hast du das auch? Nein, nein, nein. Schieß mit der Waffe, schieß mit der Waffe, schieß mit der Waffe. Du hast voll das Bild. Hä? Du hast auch so eine Waffe. Ja, ich bin gerade im Traitor-Shop. Du hast genau, du hast auch eine Deal. Das ist ein Babygang. Auch. Gut. Wir haben ja vertraut. Ich glaube, du bist Traitor. Was machst du da, Curry? Ernsthaft? Ja, Curry. Der Curry bewegt sich nicht. Ich glaube ihm das sogar. Ja, ich jetzt auch. Ich glaube ihm das sogar. Warte, Pan, guck mal, ich kaufe wieder was. Ich geh weg. Okay, fertig. Erik? Ja. Okay, der Erik lebt noch. Das ist schon mal eine schöne Waffe. Ich bin gerade sehr ruhig heute, weil ich sehr fertig bin heute. Ich hoffe, das ist okay. Nicht böse sein. Oh nein. Tui! Schieß mal bitte mit der Pistole. Oh, alter Curry. Ja immer, weil ich hab halt keine Muni mehr. Ja genau, du hast zweimal geschossen. Stimm auf... Ey, ey. Geht ihr los. Vertragt euch bitte nicht. Auf Wiedersehen. Oh ja, oh. Geh von mir. Ah! Oh, das wäre so schön. Alter! Was denn? Alter! Die Pan hat den Curry getötet. Ich muss weg. Pan? Ja, jetzt redet sie wieder nicht, klar. Komm Pan, du kannst dir keinen verarschen. Ich hab noch 10 HP. Die Pan hat auch auf mich geschossen. Alter! Pan? Siehst du auf mich? Ja? Ich schwöre dir... Nein, ich traue dir nicht. Überall was du hast. Ich hab noch 10 HP. Die Pan hat auch auf mich geschossen. Ich bin aber weggerannt. Wir waren aufm Pott unten. Sollst du die Pan aber nicht machen, oder? Nein, die Pan doch nicht. Die jetzt schon zum vierten Mal Into Another Traitor ist, oder so. Weißt du wie, die hat bestimmt am Server umgeschraubt. Wie immer. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ist das vertrauenswürdig, was du von dir gibst, Tobi? Ich würde dich niemals so widerlich anlügen. Äh, doch, das würdest du. Ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, klar. Ja, komm. Was? Ja, weißt du doch. Nee. Ja, ja, hallo? Tobi? Ja? Du bist Traitor, ne? Nein! Du kannst gerne unten gucken. Da liegt Currys Leiche. Und ich bin fast tot. Wenn die Pan sowas abziehen würde, das wäre so link, da wäre ich in den Grundfesten erschüttert. Das würde ich ihr niemals zutrauen. Und das würde sie in meinen Augen menschlich so weit zurückwerfen, Das könnte ich, ich könnte ihren Anblick gar nicht mehr ertragen. Wenn das wahr wäre. Doch. Aber was ich, was ich wieder so verwirrend finde, warum beredet sie die schon wieder nicht? Was? Wie die Toilettentür auf geht und dann kommt ein Baby rausgeschossen. Ah verdammt. Hat er gewartet bis er die Leiche ... Das ist wie bei den Wollnies, weißt du, einfach raus aufm Klo. Ich hab auch noch in den Klotüren hab ich noch ... Oh schon wieder. Restefania, Glenda. Tu's mal zu den anderen, weißt du, wie bei 300, bei den Spatiaten einfach. Kaka, was ist denn Kakariko? Kakariko ist Zelda, was weiß ich jetzt? Ah, ah, ja, ist die Zelda-Persona. Ja geil, nächste Folge, oder was? Ja, nein, Tobi, hast du Bock, oder was? Ja klar, mach mal, ey. Ich wusste ja, Tobi ist Traitor, ich hätte ihn einfach wegschießen sollen. Aber ich hab ja gedacht, ich hab noch an ein letztes Fünkchen Menschlichkeit in ihm gedacht, aber das ist leider auch schon weg. Das ist einfach ein widerliches Gesicht, guck's dir an. Seh dir jetzt ein widerliches Gesicht hier an. Also ich find den ganz nett. Ja, komm, Curry, hör auf zu schleimen, du weißt genau, der Tobi ist menschlich. Also dieses Untergebiss da, das ist ganz nett. Ja. In die Nase. Ich find's aber gut, der Tobi wurde ja geboren wie die Dinosaurier bei Jurassic Park, ne? Die haben sie aus so einem Nihandertal-Gen zusammen geschubst. Was soll ich dazu noch sagen? Mich wird er wahrscheinlich auch irgendwann runterschubsen aus der Schnuppe, ne? Ich glaube, wir verlegen das mal auf die nächste Folge dann, ja? Ja, okay, Mann, hast recht, Pahn. So, okay, bis dahin, tschüss. Tschüss, 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 Leute. Tobi ist immer Traitor, tschüss. Tobi ist echt scheiße.